Häufig gestellte Frage, wie ist der Ablauf in unserem Consulting? Wir starten mit einem Check-Up und wie das genau ausschaut, zeige ich Ihnen in diesem Video. Der erste Schritt beim Check-Up ist, dass Sie ein Formular zugeschickt bekommen als PDF-Datei, beziehungsweise Sie können es auch direkt online ausfüllen mit der Zugriffserlaubnis auf Ihr CRM-System, damit wir da überhaupt zugreifen können. Und wenn wir dann den Zugriff auf Ihr System haben und die Version analysiert haben, dann geht es los mit dem eigentlichen Check-Up. Hier ein kleiner Überblick. Als erstes reden wir über Adressen. Das macht einen großen Part aus, weil wir haben ja ein People-Business. Dann schauen wir uns an, wie ist die Immobilienverwaltung und auch so Themen wie zum Beispiel Kalender, E-Mail, Aufgaben und natürlich Automatisierung. Was wäre der Automatisierungsexperte ohne Automatisierung? Das wäre ein bisschen komisch, da werfen wir natürlich ebenfalls einen Blick drauf. Und ich zeige es jetzt mal eben mehr im Detail. Der erste große Schritt ist, dass wir uns anschauen, wie sind denn die Adressen, wie sind die Eigentümerdaten, wie sind die interessenten Daten hinterlegt. Einmal Quantität, dann natürlich auch Qualität. Das schauen wir uns ganz genau an. Gibt es überall eine Kontaktart oder auch zum Beispiel mal nicht. Wie sieht es mit dem Herkunftskontakt beim Eigentümer aus und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge, was wir uns dann im Detail anschauen. DSGVO ist natürlich ebenfalls ein großes Stichwort, was vielen im Consulting am Herzen liegt, dass sie sagen, hey, ich möchte mich da sauber aufstellen. DSGVO kann man ja zu 99 Prozent automatisieren. Also da sind die Möglichkeiten immer sehr gut. Dann Datenqualität und Datenpflege. Manchmal ist es so, dass systematisch schon Daten falsch ins System kommen. Das sollte man natürlich beheben. Da können wir schon ein bisschen Ursachenforschung betreiben an dieser Stelle und aber auch dafür sorgen, dass Mitarbeiter und auch man selber dazu, ja, ich will nicht sagen genötigt wird, aber schon mehr auf die Datenpflege dann halt achtet und darauf gestupst wird, dass das passend ist, weil dann hat man dann auch eine ganze Menge davon, wenn man mit diesen Daten weiterarbeiten kann. Und dann sind wir nämlich dann beim Thema Nutzung der Daten. Also einmal die Daten zu haben, ist ja das eine, aber die Daten dann auch dementsprechend weiter nutzen zu können und mehr aus dem Bestand rauszuholen, das ist natürlich ebenfalls dann ein großes Thema im Checkup. Wir müssen dafür auch Basisarbeit leisten und Basisarbeit ist unter anderem das Arbeiten mit Kontaktarten. Es gibt unterschiedliche Kontaktarten und die Kontaktarten müssen natürlich passend gesetzt werden. Die müssen passend vorhanden sein, das schauen wir uns an. Und die Kontaktarten, da habe ich einen unterschiedlichen Fokus drauf. Beim Mietinteressenten, da geht es mehr um die Qualifizierung des Mietinteressentens. Beim Kaufinteressenten haben wir mehr das Thema Finanzierung im Fokus. Beim Eigentümer ist es eher die Akquise und beim Dienstleister zum Beispiel Vertragsmanagement. Also das ist durchaus unterschiedlich und relevant. Einmal für DSGVO und zum anderen aber auch, wenn wir weiterarbeiten wollen, zum Beispiel für die Masken in OnOffice, die wir uns anschauen. Und da haben wir, zack, OnOffice mal mit, mit der perfekten Adressansicht. Die ist oft, nicht so oft sehen wir das hier oben rechts, da wo jetzt Interessenten-Info ist, zum Beispiel die Prozessstatus-Anzeige ist, auch bei Kunden, die gar keine Prozesse haben. Also es wird sehr viel Platz suboptimal verwendet. Und unser Stichwort ist hier immer, Fokus aufs Daily Business zu setzen. Also jetzt hier in dem Fall haben wir einen Kaufinteressenten. Dann schauen wir auch, dass wir Daten für den Kaufinteressenten haben. Liegt eine Finanzierungsbestätigung vor, bei welcher Bank. Manche Kunden haben hier noch Eigenkapital mit dabei und so weiter. Also so gucken wir dann, wie ist die Usability von der Software, wie ist es eingerichtet, dass man schnell und einfach die Daten hat, die man braucht fürs Daily Business und damit auch dementsprechend dann weiterarbeiten kann. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Adresse, sondern auch für die Immobilie. Also auch bei der Immobilienmaske schauen wir genau, was haben wir denn alles schon in der Software hinterlegt. Das gibt es schon alles und was fehlt noch, was kann man optimieren. Was häufig nicht vorhanden ist, ist der Unterlagenreiter, die Unterlagen-Checkliste, wo man sehr schön anhaken kann, was haben wir denn für Unterlagen und was fehlt denn noch. Inklusive Fortschrittsanzeige haben wir hier unten rechts die Fortschrittsanzeige, die einem direkt anzeigt, wie viel Prozent der Unterlagen haben wir denn schon. Das Ganze mit Emojis gemacht, sodass man auf einen Blick sieht, ach ja, guck mal hier, ist gelb, da müssen wir nochmal dran. Die Felder werden natürlich nach Objektart, können die ein- und ausgeblendet werden, aber das hier ist jetzt auch nur als Beispiel zu sehen, damit Sie einen Eindruck haben, okay, worauf gehen wir denn im Checkup genau ein. Wenn wir über Datenqualität sprechen und Datenpflege, wir wollen auch Informationen rausholen aus dem CRM-System und da ist Statistik natürlich ein großer Faktor, gerade wenn Sie mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, da wollen Sie ja wissen, okay, wie viele Calls, wie viele Besichtigungstermine und so weiter. Das ist einmal ein großer Punkt und man möchte auch eine Übersicht haben über die laufenden Aktivitäten und das kann man wunderbar machen. Ich habe mal zwei Dashboards mitgebracht. Ein Dashboard ist die Akquise-Karte, die ich wunderbar nutzen kann, wenn ich alle meine Immobilien hier angelegt habe, auch schon in der Akquise. Grün ist aktive Vermarktung, Rot ist Fremdvermarktung und Orange ist gerade in Akquise. Und solche Dashboards werden viel zu selten genutzt. Das ist zumindest unsere Erfahrung im Consulting und ganz oft ist man dann überrascht, was ist denn eigentlich alles möglich? Dafür muss ein bisschen Hintergrundarbeit geleistet werden, aber das erklären wir dann logischerweise. Und wo wir gerade schon so bei Akquise sind, habe ich den Einkaufsfunnel mal mitgenommen. Das ist ein weiteres Dashboard, wo wir hier in dem Beispiel zum Beispiel starten mit unqualifizierten Eigentümern, Erstkontakt, dann haben wir Objektaufnahme, Wertgutachten, Kunde, Reakquise. Also die verschiedenen Phasen, die natürlich individuell definiert werden können. Und das gucken wir uns ebenfalls im CRM-System genau an. Was gibt es denn da schon? Was kann man da noch optimieren? Und geben da eine Vorstellung, was dann letztendlich auch machbar ist und wo die Schwachstellen sind und auch natürlich, was gut läuft. Was häufig gewünscht wird in unserem Consulting dann später ist, sind dann auch Akquise-Mails und auch bei Interessenten haben wir solche Mail-Funnels. Wir zum Beispiel nach Terminabsage oder Auftragsabsage erstmal mit einer Schade-E-Mail, dann regionale Verkaufsaspekte rund um Preis, Vermarktungsdauer, bis es dann endlich zu einem Termin oder zu einem Auftrag kommt. Vielleicht auch nochmal ein Kuschelcall dazwischen. Also solche Sachen sprechen wir ebenfalls gezielt an. Es gibt in CRM auch immer einiges an Potenzial, was nicht bekannt ist. Ich habe jetzt hier mal zum Beispiel einen separaten Unterreiter in der Immobilie angelegt mit Immobilien, die in der Reakquise-Phase sind. Reakquise sind Eigentümer, die sagen, hey, ich möchte total gerne mit dir verkaufen, aber erst in 6, 12, 18 Monaten, da muss man natürlich dranbleiben, damit die Mitbewerb da nicht plötzlich anbeißt und eine Chance hat. Und dann macht es natürlich Sinn, die nicht nur einmal im Dashboard zu haben, sondern auch in einem separaten Reiter, damit man so Features wie das Akquise-Cockpit dann auch nutzen kann. Also wir stellen ganz häufig fest, es gibt Funktionen, die werden nicht genutzt. Und wenn wir das dann sehen, dann teilen wir das natürlich auch im Check-up mit, geben es auch in der Handlungsempfehlung mit weiter, dass man sich damit beschäftigen sollte, weil das Akquise-Cockpit, das ist wirklich eine tolle Geschichte mit einem Mouse-Over, mit einem Klick. Ich bleibe in der Listenansicht und habe schlicht und ergreifend direkt alles im Überblick, was ich brauche. Die Immobilie, Eigentümer, Telefon, die letzten Aktivitäten. Ich kann schnell einen Telefonbuch-Eintrag machen und ich kann aber auch den Status verändern. Manche haben hier noch den geplanten Verkaufszeitpunkt dann mit drin und so weiter. Also da geht echt einiges und man kann super schnell diese Liste dann dementsprechend abarbeiten. Also ein schönes Hidden-Feature, was viele nicht kennen und auf genau solche Themen machen wir aufmerksam. Worauf wir ebenfalls aufmerksam machen, ist nicht genutzte Module. Und das häufigste habe ich hier mal hinzugeschrieben, der automatische Exposé-Versand ist ein Modul, was sehr häufig gebucht ist. Und es ist ein tolles Tool. Die Situation ist die, dass der automatische Exposé-Versand nichts anderes macht, als jeden Tag ein Immo-Matching. Das heißt, guckt, haben wir Adressen mit Suchprofil und auf der anderen Seite haben wir passende Immobilien. Und wenn ja, wird ein Angebot per E-Mail rausgeschickt und das jeden Tag. Das ist total genial, haben super viele gebucht und super viele nicht im Einsatz. Also da gucken wir uns auch genau an, okay, was wird denn da eventuell nicht genutzt. Last but not least gibt es dann im Check-Up dann auch noch Handlungsempfehlungen. In den Handlungsempfehlungen gehen wir genau durch, wie man die Ist-Situation verbessern kann. Wir besprechen gemeinsam die Prioritäten und ja, daraus ergibt sich dann eine Handlungsempfehlung, die wir dann gemeinsam durchgehen. Wer jetzt sagt, Mensch, Check-Up finde ich klasse, möchte ich auch machen, den darf ich einladen auf unsere Webseite. Da gibt es noch weitere Informationen, santino-giese.com slash check-up. Die URL ist natürlich auch unten in den Kommentaren. Die URL ist natürlich auch unten in der Kommentare. Das ist natürlich auch unten in die Kommentare. Vielen Dank.